Jooo was geht Ablüloid, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freitag für das tiefste Game Reißen wird schwierig Ja, er ist bereits hier Er ist bereits hier? Oh shit Wie ist das denn so angeschmissen oder er sucht? Er hat die gerade bekommen oder er sucht schon? Oh shit, 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 shit Kandem Hab ich hier schon reingeguckt? Ich weiß gerade nicht mehr Ne Da hab ich schon reingeguckt, da war schon, da war schon Geh mal kurz hier rein Alright Sooo, das ist Oh no Wie komme ich da nicht runter? Wie war ich da nicht runter? Oh, okay, geh rein, geh rein, geh rein Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Boah, ich bin ein Genie, what damn, ich bin unter dieses scheiß Bett nicht drunter. Hätte vielleicht unter diesem Bett gehen sollen. Okay, so geil die Situation wieder ist, dass ich da durchgekommen bin, so schlecht ist die Situation gerade eben. Alter, ich kriege ja wieder nichts, what the fuck. Da kann ich nur nach draußen, jetzt nützt mir nichts. Ja. Was hat der gute Jason eigentlich gemacht, hat er irgendwie die Tür komplett ausgerissen? So was ich unter Umständen ein Problem bekomme, ich habe keinen Pocket knife nämlich. Einen Taschenmesser habe ich nämlich nicht. Boah, das ist eine schwierige Situation, war hier schon drin eigentlich? Er hat noch gar keinen. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ah, ich komme hier nicht runter. Daniel. Wir müssen hier raus, das ist ne schwierig. Das ist n ganz dummes... y Halt doch die Klappe! Ach du Scheiße! Okay, okay. Das war jetzt ein genialer Plan, Carlos. Dieser Move war genius, genius. Einmal nur Puyo und Genius. Ich habe ihn nicht gewollt. Boah. Fuck, was ist das? Du lässt die Tür auf, das ist genial, Bruder. Oh Gott, damn it. Oh Gott, das ist es klar. Oh Gott, das ist entscheidend. Oh Gott, das ist schön. Oh Gott, das ist sicher. Oh Gott, das ist eine Krise. Oh Gott, nein. Oh Gott! Oh Gott, nein. Oh Gott! Okay, hier ist auch schon alles ausgeräumt, hier brauch ich noch mal ein First Aid, das wäre mega der Wahnsinn, ein Stahlrohr, noch ein Rohr, scheißegal, nehmen was mit. Okay, warte mal, sowas haben wir jetzt. Escaping for 30, Gas Tank. Lass mich hier raus, Alter. Halt mich schon, das fände ich nicht geschmissen, ne. Aber hier schon. Ja, ist dasselbe Scheiß eigentlich, obwohl es ne Manschette ist. Leider mach ich immer noch nicht. Okay, lovely, da ist schon keine Tür mehr. Ey, ich hab weder Benzin, noch ne Batterie, noch Takis, noch sonst irgendwas. Ich mach irgendwie grad so relativ wenig Fortschritt in den letzten beiden. Boah, ist genauso wie in diesem Jahr. Wir gehen darüber, das sind zwei Häuser. Jump in there, perfekt. Ah die sind auch schon alles auseinandergenommen worden. First Aid wenigstens. Whatever you do, don't come to me. Don't come to me. Don't even think about it. Oh perfekt. I don't know what to do. 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 Alright 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 alright. Waren wir hier schon? Ja, waren wir schon Oh mein ganz großes Problem ist, ich hab gar nichts Bitte bleiben ruhig, don't trip Ja Don't you worry Don't worry about me Waren ich klappt so much schon hier? Ja, waren sie schon Waren ich klappt so much schon hier? Ja, waren sie schon Waren ich klappt so much Warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte, warte, warte Warte, 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 warte Oh, danke, Leute oh i owe you so much i owe you so fucking much oh thank you guys oh i love you so much i fucking love you so die leute ich merke mir fürs zuschauen bis im nächsten part von friday 30s game bis dahin haut rein und tschüss